Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Video-Einheit, wo wir uns mit rechtlichen Aspekten, die in der Lehre wichtig sind, beschäftigen. Ich möchte Ihnen heute ein paar Dinge oder ein paar Informationen zum Urheberrecht erzählen. Das Urheberrecht ist ja gerade im Bereich der Online-Lehre und des Online-Lernens immer sehr relevant, einfach wenn es darum geht, was darf ich eigentlich an Content und Material verwenden, um es dann beispielsweise auf einer Lernplattform zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich ist die letzte größere Änderung des Urheberrechts 2015 passiert mit der Urheberrechtsnovelle, wo sich einige Dinge wesentlich geändert haben, wo insbesondere auch Neuerungen für die Lehre gekommen sind, die zum Beispiel auch in Richtung E-Learning sich bewegt haben, die für die Lehre und auch fürs Lernen sehr wichtig sind. Es gab jetzt vor kurzem wieder eine kleine Urheberrechtsnovelle, die wir hier einmal ausklammern möchten, einfach dahingehend, weil sie zwar für die sogenannte freie Werknutzung, die gerade bei Wissenschaft und Lehre sehr relevant ist, zwar ebenfalls relevant ist oder hier leichte Veränderungen gebracht hat, jedoch im Großen und Ganzen uns nicht beeinflusst. Grundsätzlich muss man sagen, das Urheberrecht in Österreich ist eben ein nationales Recht, also das Urheberrecht gilt nicht weltweit, sondern hört gewissermaßen an den österreichischen Grenzen aus, wobei es auch Interaktionen mit anderen Rechtsordnungen gibt. Das können einerseits sein Staatsverträge, internationale Abkommen, beziehungsweise gibt es auch im Urheberrechtsgesetz selbst Normen, was passiert, wenn ich zum Beispiel im Ausland ein neues Werk schaffe. Damit sind wir schon bei einem Kernthema des Urheberrechtes, es geht nämlich um Werke. Werke, das sind sogenannte eigentümliche geschaffenen Dinge, das können eine Idee sein, das kann auch etwas sein, was man gewissermaßen angreifen kann, also etwas Feststoffliches. Wenn das Ganze eigentümlich ist, und zwar nicht eigentümlich im Sinne von seltsam, sondern im Sinne von kreativ oder einfach sich unterscheidend von anderen Dingen, dann gilt es als Werk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes und ist automatisch geschützt. Das heißt, ich muss nicht, wie zum Beispiel bei einem Patent oder bei einer Marke oder wie wir das im Copyright Law in Amerika kennen oder im Trademark Law, eine Marke beziehungsweise eben ein Urheberrecht anmelden, sondern es reicht einfach, dass ich mich als der Urheber bezeichne. Als der Urheber, als die Urheberin habe ich auch die entsprechenden Vollrechte. Das bedeutet, wenn wir von Urheberrechten sprechen landläufig, reden wir eigentlich von sogenannten Verwertungsrechten. Also wo ich als der Urheber, als die Urheberin jemanden berechtigen kann mittels einer sogenannten Lizenz, entweder entgeltlich oder unentgeltlich, dass er mit meinem Werk etwas machen darf. Zum Beispiel mein Werk zu Geld machen darf, mein Werk auf einem anderen Medium, zum Beispiel vom Buch ins Fernsehen zu bringen, vom Buch ins Hörbuch und so weiter und so fort. Das Problem, was wir in der Lehre natürlich haben, ist das, dass wir als Lehrende und auch die Lernenden entsprechend ja Content verarbeiten. Also Content lernen, Content präsentieren. Und da ist immer dann die Frage, wie komme ich eigentlich an diesen Content, beziehungsweise was darf ich mit welchem Content. Man muss leider sagen, dass die Zeit, wo ich mir einfach Dinge aus dem Internet habe, herunterladen können, beziehungsweise Fotos aus dem Internet kopieren konnte, die ist eindeutig vorbei. Personen, die vielleicht noch mit einem 56K-Modem aufgewachsen sind, haben zwei wesentliche Dinge gelernt. Nämlich, dass im Internet so gut wie alles gratis ist und dass das Internet anonym ist. Und das sind diese zwei Grundaspekte, die heute einfach schon lange nicht mehr stimmen. Das bedeutet, ich muss mir heute darüber Gedanken machen, ob ich den Content, den ich im Internet finde, auch wenn er frei zur Verfügung steht, also auch wenn ich ihn mir einfach herunterladen kann, ob ich den verwenden darf oder nicht. Und da gibt es im Prinzip mehrere Möglichkeiten und zwar zwei große Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, ich kaufe mir die Rechte, also ich lizenziere mir etwas. Ich gehe zum Beispiel in einen Shop, wo es zum Beispiel E-Books gibt und kaufe mir, also lizenziere mir besser gesagt ein E-Book. Dann darf ich das im Rahmen dieses Lizenzvertrages verwenden. Dieser Lizenzvertrag kann zum Beispiel sagen, okay, das ist nur für den Eigengebrauch. Dieser Lizenzvertrag kann aber zum Beispiel sagen, okay, das ist möglich, das E-Book dann an Schüler, an Lernende auszuteilen. Es gibt aber auch freien Content, also Content, der bewusst freigestellt wurde, wo man auch eben sagen kann, okay, dem kann ich mich dann bedienen, nur auch hier muss ich mich an die Lizenzbedingungen halten. Bestes Beispiel hierfür, wir reden hier von OER, also Open Education Resources, sind jene Werke, die unter die sogenannten Creative Commons Lizenzen gestellt sind. Creative Commons Lizenzen ist ein Art Lizenz-Baukastensystem, wo ich eben, wenn ich ein Werk schaffe, selbst entscheiden kann, wie ich das der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle. Und Creative Commons ist grundsätzlich darauf ausgelegt, eben auf die Namensnennung, also es ist ganz wichtig, die Quelle anzugeben, quasi wie ein Zitat und gleichzeitig einfach darauf zu achten, was darf ich damit. Also es gibt Creative Commons Lizenzen, die sind so offen, dass ich im Prinzip alles mit dem Werk darf. Ich darf es verändern, ich darf es verarbeiten, ich darf es bearbeiten und ich darf es dann sogar gegen Geld zur Verfügung stellen. Es gibt aber auch andere, strengere Creative Commons Lizenzen, wo ich zum Beispiel dann das nicht für Geld zur Verfügung stellen darf oder wo ich das Werk de facto nicht verändern darf, beziehungsweise wenn ich es verändere, es nur für den Eigengebrauch verändern darf. Das ist die eine Möglichkeit. Das bedeutet, ich habe Lizenzverträge und auch die Creative Commons gelten als sogenannte Lizenzverträge, also standardisierte Lizenzverträge im österreichischen Recht. Die andere Möglichkeit ist die sogenannte freie Werknutzung. Die freie Werknutzung finden wir im Urbereichsgesetz in § 42 und dann in Folgeparagrafen, wo es für insbesondere Wissenschaft und Lehre gewisse Erleichterungen gibt. Grundsätzlich sozusagen das bestbekannteste Recht der freien Werknutzung ist der sogenannte Eigengebrauch. Also ich darf zum Beispiel mir aus dem Fernsehen für den Eigengebrauch Dinge aufnehmen. Also wenn ich einen Videorekorder habe oder jetzt einen Festblattrekorder, dann darf ich mir das aufnehmen. Ich darf es aber nicht weitergeben, weil das Weitergeben wäre dann schon wieder ein Zurverfügung stellen und das ist nicht mehr von diesem Eigengebrauch gedeckt. Ich kann aber zum Beispiel noch § 42G, der ist jetzt neu geschaffen worden mit der Urheberrechtsnovelle, kann ich gewisse Werke, also veröffentlichte Werke, die an sich urheberrechtlich geschützt sind, auf eine Lernplattform stellen. Das ist einer der Paragrafen, der wahnsinnig wichtig war, dass er sozusagen jetzt ins Gesetz gekommen ist, eben wegen dem ganzen E-Learning, wegen der E-Lehre. Eine andere Möglichkeit wäre etwa, dass ich Schulkopien im Klassenverband zur Verfügung stelle. Also Schulkopie ist früher immer gewesen, klassisch etwas auf Papier kopieren, Arbeitsblätter beispielsweise oder auf, so steht es im Gesetz, verwandten Medien, also Papier, Oberheitfolie oder Karton. Mittlerweile ist es so, dass ich das Ganze auch digital zur Verfügung stellen kann. Ich kann beispielsweise auch ein Arbeitsblatt als PDF nehmen und das meinen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen. Bestes Beispiel, auch wenn es viele vielleicht nicht dort verorten würden, ist der § 42f, da geht es um das Zitatrecht. Zitate bedeuten, dass ich von einem fremden Werk in mein Werk gewisse Textpassagen einbauen darf. Das darf ich und die § 42 ist auch der einzige Paragraf, das einzige Möglichkeit der freien Werknutzung, die ich dann monetarisieren darf. Das bedeutet, wenn ich ein Buch schreibe und dort Zitate einbaue, darf ich das Buch dann verkaufen. Alle anderen Urheberrechte oder beziehungsweise Rechte der freien Werknutzung muss man vielmehr sagen, also § 42g, den ich jetzt gerade genannt habe oder die Möglichkeit mit den Schulkopien, geht an sich nur nicht monetär. Also es darf nicht auf Gewinn ausgerichtet sein. Das heißt, ich darf nicht ein Werk nehmen unter der freien Werknutzung und dieses Werk dann entsprechend verkaufen. Wichtig ist noch eins, neben dem, dass die freie Werknutzung an sich immer unentgeltlich sein muss, dass es gewisse Einschränkungen für Schulmaterialien gibt. Der österreichische Gesetzgeber geht nämlich davon aus, dass wenn man sozusagen im großen Stil aus Schulbüchern kopieren darf, also freie Werknutzung machen darf, dass dann dieser sehr kleine Markt nämlich für Schulbuchautoren bzw. für Schulbuchproduzenten letztlich zusammenbrechen würde. Das bedeutet, dass bei vielen Möglichkeiten der freien Werknutzung Bücher oder generell Medien, die für den Schulgebrauch vorgesehen sind, ausgenommen sind. Hier muss man sich dann überlegen, ob das Werk einerseits als solches, also für den Schulgebrauch bezeichnet wurde, beziehungsweise nach didaktischen Gründen aufgebaut ist. Generell und zusammenfassend kann man aber sagen, wenn man irgendwo fremdes Material, also Material, das man nicht selbst erschaffen hat, wo man selbst dann der Urheber wäre, hernimmt, immer möglichst genau schauen, wo kommt das her? Muss ich es vielleicht zitieren? Habe ich andere Möglichkeiten der freien Werknutzung? Habe ich die Möglichkeit, das Ganze unter Open Education Resources zu machen? Also zum Beispiel unter einer Creative Commons Lizenz? Oder muss ich vielleicht Lizenzen erwerben?